Zwei Figuren und einen Turm geopfert, um dann was zu setzen. Das ist die unsterbliche Fatih von Arto Yusupov, die er 1991 gespielt hat im Viertelfinale des Kandidatenturniers. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, Arto Yusupov ist weltbekannt. Er hat die Schachbuchserie Tigersprung geschrieben und ganz abgesehen davon hat er auch lange Zeit zur absoluten Weltspitze gehört. Sein Peak war, dass er Platz drei nach seiner Elo war und er hat auch viele Schachlegenden geschlagen. 1990 wurde er bei einem Rauboberfall in Moskau lebensgefährlich verletzt und ist danach nach Deutschland gezogen. Er hat auch für die deutsche Nationalmannschaft bei vielen Olympiaden mitgespielt und lebt seitdem in Deutschland und ist hier auch sehr aktiv. Und ich hatte ihn auch mal gefragt, was seiner Meinung nach seine bedeutendste oder schönste Schachpartie ist. Und darauf hat er geantwortet, sein Sieg gegen Vasily Ivanchuk. Und den habe ich mir jetzt nochmal genauer angeschaut. Und ich muss sagen, nicht zu Unrecht ist das seine schönste Partie. Und ja, die schauen wir uns jetzt mal an. C4, E5, G3 und hier sehen wir schon, dass Schwarz einen königsindischen Aufbau macht. Und Weiß hat zwar mit 1. C4 begonnen, aber jetzt ist nicht mehr viel von Englisch zu sehen. Es ist hier mit Läufer G2 und D4 gespielt worden. Und jetzt nach Springer D7, Läufer G7, alles normale Entwicklungszüge. Springer F6 und es ist ja bekannt im Königsinder, Schwarz will matt setzen. Und Weiß spielt oft einfach am Damenflügel. Auch harte Dame C2, Turm E8, ganz typisch. Wir haben schon mal Druck auf E2, falls wir mal auf D4 nehmen oder weil er mal mit E4 spielt, haben wir dagegen auch Druck. Also Turm E8, sehr normaler Zug. Turm E1, C6, B3, gibt unserem Läufer hier Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Dame E7, Läufer A3, kann manchmal ein bisschen unangenehm werden. Und jetzt fangen wir schon mal an, hier uns den ersten Raum zu nehmen. Denn um angreifen zu können, brauchen wir nicht nur Leichtfiguren, sondern auch Bauern, die uns, ja, quasi die Leichtfiguren des Gegners erster vertreiben, damit weniger Verteidiger vor Ort sind. Springer G5 und jetzt E3. Und da kann man schon so sagen, der ist richtig tief eingedrungen in das weiße Lager. Und ja, hier kann man F3 oder F4 spielen. F4 wurde in der Partie gespielt. F3 hat ein bisschen weniger Schwächen, habe ich das Gefühl. Für weiß, aber F4 kann man hier genauso gut spielen. Springer F8 umgruppieren, damit auch der Läufer hier frei wird auf C8, B4. Und hier wird schon klar, also weiß wird am Damenflügel spielen und schwarz am Königsflügel. Und jetzt beginnen wir auch schon hier die Figuren weiter zu vertreiben. Der Springer auf G5 steht unserem Bauer im Weg, der jetzt selber gerne nach G5 ziehen möchte. Und wir sehen hier schon die Spieler, die, man könnte fast sagen, ignorieren einander. Also schwarz macht hier seinen Plan, weiß macht hier seinen Plan. Und es ist halt wirklich ein Wett drin, wer ist schneller. Und ja, die Sache ist halt, wenn weiß hier erfolgreich ist, dann gewinnt er vielleicht ein paar Bauern. Aber wenn schwarz erfolgreich ist, dann kann er den Gegner matt setzen, was natürlich ein sehr viel verlockenderes Ziel ist. Ja, aber es muss halt gut gehen. Wenn es nicht gut geht, dann wird es gelaufen. Einmal auf C6 genommen. Springer E5. Wir nehmen auf F4 und hier sieht man schon, schwarz lässt alles stehen. Auf C6 den Bauern einfach ist uns egal. Wir machen Dame G5 und versuchen alle Figuren auf den König zu werfen. Denn es gibt ja diese Regel, drei Figuren sind das Mindeste für einen Angriff. Und hier hat man als Schwarzer schon deutlich mehr Figuren, die hier Richtung König schielen. Also von der Munition her hat man genug. Aber jetzt muss man das natürlich noch richtig einsetzen. Und diese Stellung hier ist alles andere als einfach. Weiß hat auch sehr viele Drohungen, hat ein starkes Zentrum. Und ja, der Springer kommt hier zur Hilfe. Er kann auch sehr schnell als Verteidiger dienen. Und ja, die weißen Figuren sind sehr zentral. Aber das beirrt hier Yusupov gar nicht. Hier hätte Yusupov die Chance gehabt, einmal auf H2 zu nehmen. Und dann anschließend auch noch auf G3 zu nehmen. Und hier quasi den kompletten Königsflügel einmal lahmzulegen. Dann, ja, hier auch noch mit dem F-Bauern hinterher. Der König ist wirklich ziemlich nackt hier. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, hier direkt die Figur auf H2 reinzuhauen. Er hat stattdessen aber Dame H5 gemacht, was auch ein sehr guter Zug ist. H2 hängt, der ist nicht wirklich gut zu decken. Deswegen H4, logische Konsequenz. Ja, und ich habe ja schon angekündigt, es wurde sehr viel geopfert. Und hier wurde auch die erste Figur ins Geschäft gesteckt. Und ja, also hier schreit es ja wirklich danach zu opfern. Und Yusupov hat es auch nicht abgeschreckt, dass er hier gegen Ivancuk spielt. Einer der stärksten Spieler seiner Zeit. Und hat hier die erste Figur ins Geschäft gesteckt. Es ist nicht ganz einfach, wenn Weiß komplett korrekt spielt. Dann muss Schwarz sich erstmal behaupten. Aber hier nach Springer E7 hat Yusupov die zweite Figur gegeben. Also er hat hier wirklich rausgenommen auf H4 in dem Wissen. Es kommt Springer E7 Schach und die zweite Figur ist weg. Aber das hat ihn nicht abgeschreckt. Denn er wusste, er hat hier schon gesehen, die Idee, die jetzt kommt. Das hat er alles schon im Vorhinein berechnet. Und zwar Turm E6. Und Turm E6 hat diese brillante Idee, als nächstes Turm G6 zu machen. Und Turm G6 ist wirklich wild. Denn wenn jetzt so ein Zug kommt, wie ich mache jetzt einfach mal Turm B1, dann haben wir dieses wunderschöne Matt mit Dame H1. Wenn der Läufer nimmt, was der einzige Zug ist, dann haben wir Springer H2 Schach. Der König hat kein Feld. Er muss nach E1 gehen. Und jetzt haben wir Turm G1 Matt. Und dieser Bauer hier auf E3 ist wirklich ein Biest. Er ist vor 15 Zügen dahin gegangen, um hier ein bisschen das Territorium klarzustecken, um den König zu schwächen, um Felder zu schwächen. Und jetzt sorgt er einfach dafür, dass wir hier mit dem Turm Matt setzen können. Also das ist die Idee von Turm G6. Und ja, hier hat Weiß nicht mehr viele Verteidigungsmöglichkeiten. Und Weiß hat hier auch die einzige Ressource gefunden, die er noch hat. Er nimmt hier den Turm raus. Und zu diesem Zeitpunkt hat Weiß einen Turm und zwei Figuren mehr. Ja, Yusupov hat das nicht abgeschreckt, weil diese Drohung mit Turm G6 einfach so verdammt stark war. Und die einzige Ressource, die hier Weiß auch gefunden hat, ist Dame G8. Nebst Springer E7. Dort opfert die Dame zurück, aber man kann diesen Turm hier eliminieren. Aber hier hat Yusupov das ganz solide weitergemacht. Materiell hat Weiß genug Material, aber der König ist so schwach, weil dieser Bauer auf E3 einfach so verdammt stark ist. Und er hat keinen schwarzfeldrigen Läufer mehr. Er hat keine Figuren mehr, die hier das Matt verhindern können. Und ja, hier hat Weiß noch versucht, ein paar Rache Schachs zu geben. Aber es droht einfach Dame G1 Schach. Und ja, er hat hier, wie gesagt, noch versucht, einmal Schach zu geben. Die Dame kann natürlich einfach nehmen. Jetzt ist der Springer ungedeckt. Aber es droht Dame F2 Matt, Weiß gibt auf. Und Arte Yusupov spielt eine unsterbliche Partie, wo er auch mir schon gesagt hat, er würde das als seine beste Schachpartie aller Zeiten bezeichnen. Und das zurecht. Also wenn man so eine Partie gegen so einen Weltklassespieler spielt, dann kann man wirklich stolz auf sich sein.